Die ist jetzt neu. Die hatte ich bis jetzt noch nie. So geht die Klimaanlage. Ja? Äh? Nein? Hä? Ach, ist noch nicht drin. Gut. Dankeschön, das wär pränzlig geworden. Was geht denn noch? Ach, die waren noch nicht ganz. Ah, gut. Fertig. Äh, Büroregal. Doch. Ich hab zwar gerade eins weggekriegt, aber egal. Bü. Das geht ja nicht. Was ich nicht verstehe. Wow. Das ist kacke. Schmaler Vorhang zum Einbauen. Aha. Gut, alles klar. Ich komm sogar noch raus. So, nächstes Zimmer. Bäh. Uh. Zwei. Ernsthaft. Bäh. Hier ist noch doch. Wo ist das zweite Kacke-Laden-Netz? Äh, das sollte man doch sehen. Quatsch. Wollte ich gerade sagen. Mhm. Gut, das war alles. Ah, das soll weg, gut. Das ist okay. Was können wir denn hier? Ferry. Montieren, zack. Ferry hatten wir schon. Gut. Mhm. Die Standardschreibtische, wow. Drei. Vier. Fünf. Sieben. Eins. Zwei. Zwei. Drei. Hier. Fünf. Eins. Zwei. Montieren die Geräte. Was ist denn da? Da. Montieren. So lange drücken, dass es weg ist. Genau. Zack raus. Zack raus. Zack raus. Mhm. Einsuchtspiel. Dabei ist es doch eigentlich Arbeit, ne? Naja. Balkontüren und so. Balkontüren und so sind grundsätzlich niemals schmutzig. Hallo? Oh. Da. Gut. Das wird ein Kindergarten, ha? Wow. Ist das so? Hallo? Hä? Wo ist denn da noch was? Hallo? Okay. Was noch? Äh. Was noch? Verschmutzung. Ja. Schmaler Vorgang zum Einbauen. Schmaler Vorhang zum Einbauen. Schm, schm. Schm. Pff. Pff. Ach, den muss man montieren. Warte mal. Pff. 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 Reitervorhang. Und jetzt? Ja, klar. Okay. Willst du mich verarschen? Oh Mann. Ja, ist ja gut. Nochmal? Nein. Lass mich raten. Ja, super. Und jetzt? Achso, ja, genau. Das war das. Jetzt nochmal der Schmale. Schm. Hm. Hm. Das ist genau das gleiche. Gut. Regal Kali. Okay, das können wir. Jeder hat das. Oh. Doppelte Kommode mal. Hm. Gehen wir die da irgendwie nebendran. Das ist noch ziemlich viel, oder? Befehl mal. Na ja. Das können wir da nebendran. Dann schnappen wir uns diese. Das ist Ehemel. Was war das? Kinderschäme. Kind. Herrsch. Ich kaufe viele. Einfach in die Mitte. Eins. Zwei. Zwei. Achtmal. Kinderstuhl. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Fünf. Äh. Sechs. Sieben. La la la. Acht. Viermal. Aufbewahrungskiste. Zwei. 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 Vier. Computertisch. Nicht Computer. Und 3. Teppich, grüne Blume. Teppich, grüne Blume. 1, 2, 3, Schaumbox. Nur einer, zack. Gut, dann Schaum. Hier war jetzt zweimal. Zack. Und zack. Einen grünen Glotz noch. Machen wir noch einen grünen Glotz. Da oben drauf, ja. Roter Glotz Dreieck, was? Roter. Muss ich jetzt echt einzelne Klötzchen? Glotz Brücke. Ne, nicht Glotz. Glotz Brücke. Der Brücken Glotz kommt auf die andere Brücke. Grüne Blume. Schön kaufen wir. Zweimal Hase. Hase. Zubehör. Kaufen, klar. Natürlich auf den Computertisch. Ne, zweimal. Ein Magenta-Hase, ne? Und ein letztes ist der Teddybär. Oh. Und der kommt natürlich. Na komm. Da passt er dazwischen. Jaaaa. Oh mein Gott. So, mal gucken. Da waren wir, da waren wir. Geht's da raus? Ne, das war das da. Das war ja auch klasse. Äh, da waren wir drin. Oh, da waren wir noch gar nicht. Ach du Scheiße. So. Oh. Gut. Das ist ja jetzt echt übel, oder? Ähm. Räume den Müll auf. Was ist denn da noch an Müll? Das ist eine Menge Müll. Da ist noch jede Menge Müll. Da ist noch jede Menge Müll. Da ist noch jede Menge Müll. Dann finden wir auch Müll. Dann finden wir auch Müll. Das Fenster rein. Jaaaa. Aber wieso nur eins? Ach, das tut unsauber. Mhm. So, warte mal. Äh. Nein. Beschmutzungen. Nee, ist da nix? Für mich. Für mich sieht das böse nach verschmutzen aus. Mhm. Am Fenster? Am Fenster? Nein. Ähm. Da noch. Und. Und. Der ist noch richtig. Genau. Schreib. Mhm. Schreibtafel. Jetzt geht das wieder los. Mhm. Nur einer? Ja. Warum? Die kommt da hin. Ja. Noch zweimal der Kinderschirm. Ja. Noch zweimal der Kinderschirm. Dann nochmal achtmal der Kinderschirm. Ja. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Na komm. Sieben. Zweimal. Schschsch. Nein. Gar nicht. Jetzt kaufen nicht. Ich will aber viele. Zwei mal.